Es hat noch nie geschadet, eine Programmier-Serie anzuschauen, bei der erklärt wird, wie man einen Spiel-Modus programmiert. Ja, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu eurer neuen Wunsch-Serie hier auf meinem Kanal. Und wie ich es ja schon lange angekündigt und versprochen habe, handelt es sich wieder um eine Serie, wo ich zeige, wie man einen Spiel-Modus programmiert. Und diesmal nicht irgendein Spiel-Modus, wie er je auf meinem Kanal zu finden war. Nein, es ist kein anderer als der legendäre, hyperventilierende, großartige TTT-Trouble-and-Terrorist-Town-Spiel-Modus. Ja, also das war schon mal eine super motivierte Ansprache, denke ich. Und genauso super motiviert starte ich und startet hoffentlich auch ihr in diese Serie. Und bevor es richtig losgeht, sage ich natürlich auch nochmal ein paar wenige Worte dazu. Denn das ist eigentlich nur mehr oder weniger der Einstieg heute, aber dennoch ganz, ganz wichtig für die Serie. Da ich zum einen sage, wie wir überhaupt vorgehen, was ihr für Vorkenntnisse braucht. Und zum anderen werde ich auch erklären, was denn überhaupt an Theorie in der nächsten Folge auf euch zukommt. Oder vielleicht auch in den nächsten Folgen, das werden wir sehen. Wie auch immer, davor kann ich schon mal sagen, ich unterteile diese Tutorial-Serie wieder in viele kleinere Folgen. Die eben höchstwahrscheinlich teilweise etwas kürzer, teilweise auch etwas länger werden. Also die hier heute wird höchstwahrscheinlich erstmal relativ kurz. Aber ihr wisst ja, kurz ist bei mir wirklich ein sehr relativer Begriff. Wie auch immer. Auf jeden Fall, schlussendlich soll ein fertiges Trouble-and-Terrorist-Town-Plugin dabei rauskommen. Ich denke, den Spielmodus brauche ich hier nicht extra erklären. Der ist bei vielen Leuten bekannt. Ansonsten, zumindest aus Garrys Mod kann man das Ganze ja mal ganz schnell sich angucken. Ein Taktik-Spielmodus, der trotzdem schön mit Schwert- und Bogenklopperei zu tun hat. Und das natürlich in der programmiertechnischen Sicht etwas sehr Spannendes. Ja, also ich bin sehr glücklich, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt. Mehr als die Mehrheit aller Stimmen hat sich für diesen Spielmodus letztendlich entschieden. Und deshalb starten wir heute in diese Serie. Erstmal, was braucht ihr für Voraussetzungen? Natürlich baut diese Serie auf meiner Minecraft Plugins Tutorial Serie für Anfänger auf. Das heißt, ihr solltet schon grundlegende Erfahrungen mit Java, der objektorientierten Programmierung und der Spigit API haben. Ansonsten bringt das Ganze euch überhaupt nichts. Das heißt, falls ihr überhaupt noch nie irgendwas mit Plugin-Programmierung am Hut gehabt habt, dann braucht ihr euch dieses Video auch gar nicht zu Gemüte führen. Dann würde ich euch empfehlen, direkt mal abzuschalten von diesem Video und stattdessen in meine Minecraft Plugins Coden für Anfänger Playlist zu switchen. Das ist dann nämlich um einiges nützlicher. Wenn ihr allerdings schon zahlreiche Erfahrungen mit mir oder meinen Videos oder mit irgendwelchen anderen Quellen gesammelt habt, dann ist es jetzt natürlich perfekt, wenn ihr hier eingeschalten habt. Denn natürlich werde ich versuchen, die besten Mechaniken schön kompakt euch zu erklären und euch hinter die ganze Systematik zu führen, wie ich immer an sowas rangehe. Und damit fangen wir dann wie gesagt auch gleich an. Davor ist noch kurz gesagt, der Quellcode ist wie immer für meine Patreon-Unterstützer verfügbar. Dafür findet ihr wie immer auch einen Link dann in der Videobeschreibung, wo ihr auf meine Website geleitet werdet. In dieser Folge gibt es zwar noch keinen Quellcode, aber dann ab der nächsten. Und da könnt ihr dann das Ganze immer herunterladen und eure Fortschritte mit meinen vergleichen. Und hoffentlich kommt ihr dann auch auf ein vernünftiges Ergebnis. Wie auch immer. Auf jeden Fall will ich jetzt gar nicht weiter drum herum labern. Bestimmt fällt mir noch das eine oder andere ein, was ich mal während der Serie sage. Ansonsten gehe ich das natürlich wie immer ganz locker an mit euch und hoffe, dass einfach was Cooles rauskommt und ihr auf jeden Fall genauso viel Spaß habt wie ich. Und wie immer kann ich nur dazu sagen, ich freue mich natürlich über Likes und Abos und den ganzen Scheiß, den jeder große Influencer haben will, wie ich es natürlich einer bin. Aber am meisten freue ich mich, wenn ihr einfach mal euren Kumpels Bescheid sagt, dass da eben so ein Typ auf YouTube das Programmieren ganz cool, ja, letztendlich beibringt. Das bin übrigens ich dann, wenn ihr von mir sprecht. Wie auch immer. Jetzt hinein in diese Serie. Wir fangen mit etwas Theorie an. Denn die Mechanik, die ich euch heute nahe bringen will, die handelt von der sogenannten Game State Mechanik. Das ist eigentlich ein Prinzip, was ich in mehr oder weniger jedem Spielmodus, den ich bisher so ein bisschen über die Bühne gebracht habe, anwende. Und ich finde das Ganze bis heute einfach mega praktisch und einfach nur praktikabel an sich für die Programmierung, da wir damit viele Vorteile haben, was ihr auch im Verlauf der Programmierung hoffentlich selber erfahrt. Und dementsprechend habe ich jetzt hier einfach mal so eine kleine Skizze vorbereitet, bei der wir am Anfang eben so ein Game State haben. So ein Game State soll im Prinzip von sich aus eine abstrakte Klasse sein, die solltet ihr natürlich kennen. Und diese abstrakte Klasse soll immer einen bestimmten Teilbereich in unserem Spiel, beziehungsweise in einer Runde TTT auszeichnen. Das bedeutet, zum Beispiel haben wir meinetwegen einen Game State, das kann man ja auch schon so übersetzen, also einen Spielstatus, sage ich einfach mal, wenn das Spiel noch gar nicht losgegangen ist. Das heißt, wenn alle Spieler in der Lobby sind, eins während das Spiel läuft und vielleicht eins während das Spiel gerade endet. Das heißt, der Server wird neu gestartet und so weiter und so fort. Das müssen wir natürlich alles beachten. Und diese abstrakte Klasse wollen wir jetzt so ein bisschen mehr oder weniger auszeichnen. Wir zeichnen die aber nicht wie Günter Grass zum Beispiel mit dem Literatur-Nobelpreis aus, sondern mit bestimmten Eigenschaften. In dem Falle zuallererst mit zwei abstrakten Methoden, die ich einfach mal Stop und Start genannt habe. Start soll immer zum Beginn eines neuen Game States ausgeführt werden. Das heißt, wenn ein neuer Game State hochfährt, dann wird alles, was in dieser Start-Methode steht, ausgeführt. Das ist am Ende ganz wichtig, da wir natürlich immer irgendwelche Sachen initialisieren müssen zum Beispiel. Die Stop-Methode wiederum beendet logischerweise einen Game State, der eben zu Ende geht, wie es der Name schon sagt. Und wenn diese Stop-Methode dann letztendlich zu Ende ist, dann ist es eben möglich, uns meinetwegen bestimmte Dinge in die nächste Game State-Phase zu übermitteln oder einfach Dinge aus diesem State herunterzufahren. Darüber hinaus haben wir dann natürlich weitere Attribute oder Zustände an sich oder Countdowns, die jeder Game State individuell in sich verankert hat. Das werden wir dann eben individuell von Game State zu Game State entscheiden können. Denn wie gesagt, Game State an sich ist eine abstrakte Klasse und jeder Game State, den wir zusätzlich erstellen, ist eben eine Klasse, die von diesem erbt. Und dementsprechend können wir auch jeder Klasse wieder individuelle Eigenschaften mitliefern. So könnte es dann eben sein, dass wir ein Array haben, was diese ganzen Game States, die wir schlussendlich benötigen, eben speichert. Denn wir müssen ja auch irgendwie wieder auf die Game States zugreifen können. Und dementsprechend haben wir dann hier, wie ich es mal in dem Beispiel gesagt habe, drei Game States, ein Lobby State, ein In-Game State und ein Ending State, die eben je nach Zustand des aktuellen Spiels nacheinander ablaufen und die eben in einem Array mit dem Index 0, 1 bzw. 2 anzusteuern sind. Also ich hoffe, das ist ganz schlüssig, dass diese Klassen jeweils von meiner abstrakten Klasse Game State erben und demzufolge dann ganz einfach anzusteuern sind. Zu allerletzt ist es dann auch wichtig, dass wir irgendwie die Möglichkeit haben, entsprechend diese ganzen Game States zu verwalten. Denn das ist ja nicht irgendwie wie so ein autonomer Laden, der das alles selber managt. Nein, wir machen dafür noch einen zusätzlichen Game State Manager. Der soll eben schlussendlich, wie es der Name schon sagt, alles managen, was bei den Game States abgeht. Das heißt, das Stoppen und Starten eines neuen Game States, meinetwegen das Ganze initialisieren am Anfang, die Bündelung der ganzen Game States, wie ich es hier im Array eben zusammengefasst habe, wie auch immer, darüber wird das alles verwaltet. Und darüber, damit wir eben die Game States dann gezielt ansteuern können, werden wir jedem Game State eine bestimmte ID vergeben. Diese kommt dann von der abstrakten Klasse Game State selbst. Das heißt, da werden wir eben finale Integer erstellen, die wir dann nutzen können, um die unserem Game State ganz einfach zu übergeben. Das ist also die ganze Mechanik, die da so ein bisschen dahinter steckt. Ich hoffe, das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Auf jeden Fall in der Praxis wird das dann, hoffe ich, noch ein bisschen mehr deutlich. Deswegen will ich gar nicht so viel mehr machen für diese allererste Folge dieser neuen Reihe. Ich hoffe, ihr seid so gespannt wie ich, wie toll dieses TTT-Plugin am Ende hoffentlich wird. Und dann freue ich mich, euch in der nächsten Folge zu sehen, wo es dann richtig mit der Programmierung losgeht. Falls dir meine Videos gefallen, dann empfiehle diesen Kanal doch bitte bei deinen Freunden weiter oder abonniere ihn selber und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ach ja, schau doch mal auf meiner Website vorbei. Du findest sie in der Videobeschreibung. Schreibung.